Halten Sie Ihr Zuhause mühelos sauber, dank des beutellosen Inventor-Epic-Staubsaugers. Dank seiner intelligenten Six Cyclone und Polycyclonic-Technologie macht er die Reinigung von Teppichen und Hartböden zum Kinderspiel. Sie ergänzen sich perfekt, um selbst kleinste Staubpartikel einzufangen, bevor sie mit hoher Geschwindigkeit geschleudert werden, um sie von der Luft zu trennen. Anschließend werden Sie in einem Behälter mit 3 Liter Fassungsvermögen aufgefangen, der mit einem einfachen Klick entleert werden kann. Der HEPA-Filter dieses Modells ist eine willkommene Ergänzung für alle Allergiker, da er 99,9% der Allergene entfernt, was bedeutet, dass nur frische und gefilterte Luft zurück in den Raum geblasen wird. Und dank des langen Kabels haben Sie einen Reinigungsradius von 8 Metern, sodass Sie nicht ständig den Stecker ausstecken müssen. Für maximale Reinigungsleistung gibt es verschiedene praktische Zubehörteile zur Säuberung von Treppen, Polstern und bei Tierhaaren. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Staubsauger sind, der einfach zu bedienen ist und eine starke Leistung auf allen Bodentypen bietet, ist der beutellose Inventor Epic Staubsauger die perfekte Wahl.